Hier ist der Flamenco, die wir importiert haben von Dorofia. Ihr seid gut, also, alle, die hier sind, haben so etwas erlebt. Seid mal, in Sevilla, mit einem 50er-Hinlegen, das ist so etwas erlebt. Hier geht jetzt mal die Kasse um, da sind wir 80 Euro, seid nicht verrückt. Wir können nicht so weiterarbeiten, wir importieren die Künstler. Also, legt mal was rein, jetzt kommt! Läder! Oh, Läder! Das ist schon ein paar Fälle! Oh, Läder! Oh, Läder! Wir müssen vergessen, was hier passiert, Läder! Oh, Läder! 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 Vielen Dank.